Jetzt war es noch auf der Rest gewesen, aber ich spiele ja noch nicht lang, vielleicht, vielleicht, ja, genau diese. Amitäl! So, die ersten 15 haben durch. Ich lasse ihn mal laufen, vielleicht bollert sich da noch einer, auf geht, bollert mal ein paar Muscheln rein, so 3 bis 5, ah, schön. Na ja, vielleicht der Anfang. Zweite Dreh, eine Nacht, ich freispiele gerade, habe ich aber reingestoppt, muss ich sagen. Nice, das wollte ich sagen, schon habe ich 100, schon habe ich fast 100, yeah. Heutzutage, machen wir gleich den Maxi voll, auf geht's, Kumpel. 40 Euro waren schön, die könnte man jetzt schon noch mitnehmen. Aber nichts ist zu wenig, auf geht's. Danke. Das ist ein großes Kino, aber 4 Euro haben sie. Auf geht's. Irgendwann geht's nimmer. Oh, gut, gut, gut. Hey, da muss ich weiter hinter gehen. Da ist noch gar nichts drin, jetzt lassen wir ihn selber laufen. Aber da brauche ich jetzt soweit für dich gar nicht. Ja, weiter. Gründen wir dir mal. Damals hätte ich... Da war ich wieder da mit drauf, gell? Ja, das ist noch gar nichts drin. Das ist noch gar nichts drin. Auf geht's. Heutzutage, 100, 100 gehen wir. Nehmen wir hin. Nehmen wir hin. Nehmen wir hin. Oh ja. Jetzt hätte ich ein Symbol mehr. Was für Symbol? Ja. Das erste Spiel hat er schon nicht einmal drei gebraucht. Das zweite auch. Jetzt verlängert er, dass er das noch länger anschauen mag. Nein. Aber in dem Spiel habe ich noch nie so richtig Glück gehabt. Und jetzt... Heutzutage. Auf geht's, macht voll. Eins haben wir noch. Danke. Ne, ein bisschen was war's. Ist das gut? Wir klären wir auch. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Kann noch ein bisschen probieren. Für Freispiel. Yeah. Jetzt hab ich ein bisschen runtergeschaut. Du hast noch die 13 Euro. Ma ja. ... Na ja. Oh, so früh. Na ja, mein. Musik Sonnenberg Musik 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 Jesolo 10 weitere Ich breite einmal 4 oder 5 Können Sie sehen. Ja, vier haben wir schon. Schöner. Schon geht schneller. Heute wieder Neffeln los. Gott sei Dank, so ist es mir am liebsten. Schade. Aber nur fast. So, dass das auch kommt. Ein Schluck. Jetzt sind wir gespannt. Okay, ist vielleicht am besten. Ja. 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 Soll ich aber nicht? Ja, ja. 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 Wie soll ich da gar nicht? Oh ja, komm mal jetzt, das ist viel anfangs, weil das ist super, wie wir nichts. Wunderbar, ich habe gesagt, der macht voll, aber ich habe es noch nicht gedacht. Ja, ab und zu ist es soweit. Ziemlich frühes Bewegungsgeld. Ich spiele zwar schon auf andere Automaten, aber auf den Automaten bin ich jetzt noch nicht lang da. Ich habe zwar schon früher auch gespielt, aber ich habe zurückschaut auf Zehnerl, dann ist das gekommen. Mal probieren. Vielleicht kommt noch was.